Oder nachher... Kannst du vorm Zelt machen? Die! Ja, okay. Geh mir die... Hände von der Kerze. Zieh mir den Hosen an. Wie gesagt, einen Rucksack sollte ich da rausziehen. So, wer macht jetzt den Punker? Soll ich den Punker machen, oder was? Ein Bild? Ja, mach, mach, mach. Mach ich Madic. Bleib mal schön im Glied. An meinen Punkt. Woher? Ja, aber nicht groß. Das gefällt auch immer. Rapschall muss ich mal Gültemacher abliegen. Alter, da macht man eine schöne Reihe. Wie hier beim... Wie ist denn das? Ich glaub, der Madic hat Angst, dass wir gleich umfallen hier. Wollen wir laufen, oder? Ne, wir werden abgeholt müssen. Kannst du den planen. Ja. Ah, geil. Okay. Oha, oha. Oha, nice. So, ganz kurz Konzentration. Das ist die erste Station hier. Fahrzeugkonzentration. Okay, auf die Plätze. Fertig. Doppel, gib alles. Gib alles. Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Hey, das sieht gut aus. A2! 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 Oh, oh, oh! Schade, ich hätte gerne jetzt... Ferntlass. Ja, genau. Oh, hab ihr ein Ferntlass? Ich habe gerade mich hier verrauscht. Die DRKs haben doch bestimmt keinen Platz. Ne, leider nicht. Let's go. Sehr gut. Was er da hinten macht. Alter. Jetzt hat er wieder Stecker dahinten. Oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Und, 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 und. Oh, ich stehe. Alles! Oh, super gemacht. Astroi! Astroi! Oh, super gemacht! Uff, Astroi! Kann sein, dass du noch mal vorfahren. Ja, jetzt muss ich mal drauf. Bestens. Ja, Zeit ist richtig. Schöne Reihe bilden, wie wir es mal gelernt haben. Perfekt. Was echt? Das ist schön. Was ihr doch erwähnen solltet, wir haben natürlich ein CRK dabei. Wenn sich jemand verletzt, was in eurer Wettiglicht beheben kann, dann haben wir das CRK noch als GSB-Tal angefordert werden können. So, ihr seht hier diesen schönen Defender. Eure Aufgabe will es euch sein. Die ganzen Teile befinden sich in dieser Halle da vorne. Ihr startet hier an dem blauen Fass. Bleibt bitte auch mal stehen. Wir rennen auf das Startsignal, auf Pfiff in die Halle rein. Und sucht die... Ihr bleibt hinter der Tonne stehen. Stop, 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 hinter der Tonne stehen. Nein, 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 zurücktreten. Die Teile sind in der Halle drin. Folgendes muss in der Halle verbleiben. Das Ziel ist, das Auto komplett fertig zu bestücken und Fahr fertig zu machen. Und den Motor anzumachen. Stellt euch vor, wir befinden uns in Deutschland. Den TÜV wird es auch geben. Und ihr müsst dann mit der Karre durch den TÜV. Oh, da ran. Ja, das war zwei Meter. Mach ich die Reifen. Ja, mach die Reifen. Ja, warum kann ich die Schatten hier in die Hand nehmen? Das ist wahrscheinlich was drin liegt. Mhm. Mhm. Ich hab auch die Lampen gleich... Was ist mit dem Benzintank? Kann der in den Rucksack? Oder muss der hochgefahren werden? Ja. Das Rucksack kann. Ja. Müsste aber nicht auftanken. Denk dran, die Zündkasse liegt in keinem Storage. Liegt irgendwo in der Halle. In dem vordere Teil der Halle. Also bisschen offene Augen. Ich seh ja kackert hier, bis du auch noch mal rauskriegst. Ja. 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 Das ist schon ne geile Karre mit dem. Hör mal den Benzinkannister. Ja. Die Autopadre darf in den Rucksack, ne? Ja. 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 Singles Geräusche. Manchmal ist der�� einfach gegangen die Teil übertabflor zu machen. Ah, ja, ja, ja. Die Türen sollen am Ende zu sein, Alter ne? Ich höre hier im Motor oder so. Da hätt vostain zwei Kisten, äh 3 Kisten und ne... Die Kisten, ne. Nicht so. Ist Kara in die Rucksack. Genau, die Holzkisten bleibt, wenn die drin steht, nur der Inhalt muss raus. Kofferraumklappe fehlt nur, oder? Ja, nehmt ihr mit da. Ja, wir haben die 10 Kerze. Die Seekiste muss noch rein, holt mal die Seekiste. Hab ich gerade. Ach so, in der Trenzung ist es vorbei. Seekiste ist im Auto. Hä, wieso geht ihr nicht ins Auto rein? Wir mussten ins Inventar rein, hat er doch gesagt. Die Kisten sind alle leer. Mach mal die Tür zu, führen zu und vor allem die Hecktür noch, wenn die dran ist. Ist die dran? Ja, ja, ja. Hammer aus. Mach den Motor an, mach den Motor an. Ja. Ist genug Wasser drin? Jo. Stopp. Die Zeit ist gestoppt. Ich kontrolliere nochmal was alles. Alles klar. Motor kann aus. Okay. Ich kann dich verbinden. Los reinigen. Ah, ist das laut, das scheiß Ding. Ja. Mann, wie liegt eure Äsche da rüber? Alter. Los, los, los. Was? 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 Das muss schneller gehen, schneller gehen, los. Zack, zack, zack. Halt die Schnauze, sag dir vorhin. Haha. Mikrophone. In der MDR. No. Schönen Arsch unten krallen. Oh, ich schreibe Oh, ich schreibe Rechts geht Ach, scheißegal Stopp, zurück Hier lang? Hier rüber, hier rüber Geht rüber, oder? Ja Mein Rucksack ist so schwer Ich kann hier nicht rüber, ich habe nicht genug Stamina, mein Rucksack Das geht eigentlich Ist halt noch zusätzlich etwas aufgenommen Nein, ich muss halten Nee Von mir nicht rüber Leg ihn kurz ab zur Seite und nimmt ihn gleich wieder auf Ja Die Stamina erhöht sich nicht Okay, warte Ah doch, jetzt Also Hanik, wir hatten einen Testdurchlauf, haben die rechten Klamotten gehabt Und gleich wieder aufnehmen bitte das Ding Ich habe jetzt einen anderen Rhythmus als ein Rami, weil es mich ja immer burscht gebackt hat Ah, alles gut Ja Roll Roll Turm runter und hier rüber ins Café Ja, 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 ja Da reise Da hat einer vom Turm runter und ist hier wieder unter die Schiff Ja genau, da wärst du das hier gerade hier unten Rami, du bist schon durch Rami, du kannst da zurück Du bist durch Man soll jetzt Solidarität Extra Runde Jo 2 N Turm hoch jetzt Oh ne Bin ich verletzte Das ist das letzte Du Lieder 4 Minuten für den Schicksal 30 Minuten für den Schicksal Und 4 Minuten für den Schicksal 4 Minuten für den Schicksal AK habe ich 101 glaube ich Railguard ist hier Ja Heiliger Cobraside Können doch andere Zeiten fliegen Ok jetzt brauchen wir nur noch den Railguard äh die Descent den Buttstock und das Magazin Kami Wo ist es? Ja ne War doch nicht Also der Buttstock ist normal aus Holz Ne ne Polymer Also es fehlt ja Polymer Buttstock Ja Polymer Schulterstütze ist was anderes Ne Ne das ist das Hier bin ich Gewehr 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 Genau 4 Minuten für die Wie gesagt Der Kamerad hat neun Schuss Ein Magazin mit sechs Schuss Eins mit dreien Der muss in der Bewegung schießen Der darf nicht stehen bleiben Der muss dann die drei Zombies in der Zeit töten Die Zombies sind auf jeden Fall mit drei Schuss tot Das ist so ab Bewegung nicht stehen bleiben Der kann doch langsam gehen Der muss sich rennen Der kann doch mit Luft anhalten schießen Headshot Okay dann Start Yes Nice Nice Sehr schön Yo Alle weg Der Scheiße Zeit gestoppt Und Start Ich hätt's nicht messen sollen Darf sich auch hinlegen ne Oh Okay Wie viel Einheit Ich sag ja Winchester Munition Ist ordentlich genervt worden Mhm Und da ist der Motor down Ach Alles weg Ist schon weg Ist schon weg Okay Na gut Schau Jo Jo Und wie viel liegt Der müsste auch liegen jetzt Jo 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 Skin Ah, der erste ging daneben. Okay, dann geht's los. Ich dachte, hier geht's nicht um Zeit, sondern um geschütterte Zombies. Ja, der war gut, der war gut. Der ist schön reingerollt, glaube ich. Yeah! Ey, super. Ah, die war zu niedrig. Ja. Ah, schade. Und die Gasflaschen soll ich auch treffen, die sehe ich ja kaum. Genau. Dann muss ich auf den Stab hier stehen, dann sieht man's auf jeden Fall. Okay, auf die Plätze, fertig und los! Hä? Ne, doch nicht. Ich hab's eingestellt. Ne, da liegt keiner. Einer raus. Ich hatte mal einen Hinweis, Schießwetter, die Gaskanne ist und wegsleiten. Also die Zombies sind in der Kategorie zu fassen. Hierher. Ein. Auf die Plätze, fertig und los! Kürzer. Ja. Der war ein bisschen hoch. Ja. Treffer. Sehr gut. Perfekt. Hint. 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 Ach, Körpertreffer. Ja, Treffer, ja. Noch ein Treffer. Treffer. Oh, zwei Stück tot. Oh, zwei. Und 20 Schuss. Noch schön. Einer tot. Noch tot. Zwei. 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 Leicht. Ja, genau. Nee, 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 Nee. Zweizz. Zwei. Zwei Zwei. Auf noch eintrum, jetzt. Jop. Sobald der Pfiffer tönt, gehts los. Ich habe eine Granate. Los gehts. Lets go! BAMPMT! Einer von uns ist ungefeilt Ich hab mich wieder bewegen Ich bin oben Sie sind oben Ich bin auf der Straße Die kippen nicht um Ich hab keine Motivation mehr Okay, ich hab auch Kippt noch ein paar Na, raus mit euch Ich hab auch noch Arme Ich bin schon ein Ich hab noch die Arme Dann kannst du noch weiter machen Schieß sie ab, schieß sie ab Schieß sie ab Du weißt die Arme Schieß sie ab Ich bin vorbei Alle tot? Ich bin raus Ja, doch bitte, ich hab mich geschaut Und hab mich gekossen Also wir haben Die haben mir wieder einen drauf gedrückt Die haben mir wieder einen drauf gedrückt Einfach mal sich jetzt halber Ne? Ich bin gerade auf Ja, ich mach auch fertig auf Aber die haben mich jetzt Aber die sind ja nicht super arm Also Also Da hab ich da nicht Ja Die haben mich zu mir weggenommen Keine Ja Also Echt Fünfträger Ja Er Schauen Ich hab keinen Mund mehr Ich hab einen Ich hab keinen Mund mehr Ich hab einen Mund mehr zu haben Ich hab einen Mund mehr Alles gut, äh... Hat jetzt noch von uns irgendeine Ahnung? Die Uhrzeit, der ist voll raus, vor der Tür. Ja, wir kommen da nicht raus. Wir kommen da immer noch nicht rüber. Oh, der ist noch einer da. Ich denk mal, die Armbänden abzunehmen, weil er das nicht gut voll ist. Wo ist denn der letzte? Wo ist das eigentlich? Der ist weg, vor allem hier irgendwo. Ich kann mal, ich kann mal ein bisschen... Ja, ich will... Ja, einen haben wir tatsächlich noch. Ja, ich hab'n. Äh, ich... Ja, bitte mal die Leute, die sich boxen... Alle mal bitte die Schroten finden und das ganze Zeug wieder in die Kisten packen, bitte. Äh, okay, es tut immer gut zusammen.